Ich werde oft gefragt, wie das ist, wie ich diese Stimmen hinbekomme, die verschiedenen Chargen. Ja, das kann ja jeder bei sich selber mal ausprobieren. Macht Riesenspaß und ja, einfach die Stimme verstellen und mal gucken, was passiert. Bei mir ist es zum Beispiel das Ferkelchen aus Winnie-Pooh, das spricht dann immer so. Puh, Bär, der Weit ist so dunkel. Ich habe Angst, du liebe Güte. Oder eben der Spongebob. Ich bin bereit, ich bin bereit. Oder wie gab es damals noch den Steve Urkel, ne? Hallihallo, ihr Winslows. Hallo, Laura. Hallihallo, mein Dickerchen. Oh, ist das etwa? So zum Beispiel. Viel Spaß.